Nach einer fast sechsjährigen Generalüberholung wird die Gorch Fock gleich in wenigen Minuten wieder offiziell an die deutsche Marine übergeben. Und die Übergabe erfolgt im Marinestützpunkt in Wilhelmshaven. Hier sehen wir schon das Live-Bild des Segelschiffes. Noch ist man nicht gestartet in Wilhelmshaven, aber in wenigen Augenblicken wird es dann wohl auch soweit sein. Und dann wird das Schiff in Richtung Kiel starten, wo es dann am Montag in Empfang genommen wird. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Ulrich Nuhoffer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Sie waren selbst als Kapitänleutnant der Reserve zwölf Jahre bei der Marine und dreieinhalb Jahre waren Sie auch auf der Gorch Fock. Richtig. Was wurde denn jetzt da alles erneuert? Ja, soweit ich auch das selbst der Presse entnommen habe, bis auf den Kiel alles. Das heißt, die ganze Takelage, die Basten, das Innenleben, die Maschine, die Unterbringung für die Besatzung. Schlicht, es ist quasi ein neues Schiff. Und warum war das notwendig? Es war notwendig, weil offenbar das Schiff in den über 50 Jahren, in denen es im Dienst der deutschen Marine war, so gelitten hat und so verrostet war im Bereich der Spanten und des Innenlebens und der Takelage, dass es komplett mehr oder weniger neu gemacht werden musste. Was ist dann das Besondere an der Gorch Fock? Das ist ja kein normales Segelschiff. Das Besondere der Gorch Fock ist, dass es eine militärische Besatzung hat. Es ist halt kein Touristen und kein Ausflugsschiff, sondern es dient der Ausbildung des Marinenachwuchses. Das ist so die Besonderheit. Und es gibt einen militärischen Drill und ein militärisches Kommando und natürlich auch eine Bordroutine. Es gibt auch leckeres Essen, aber der Schwerpunkt liegt aber doch auf Arbeit und Ausbildung natürlich. Wie ist das denn jetzt, die Kosten für diese Generalüberholung? Die lagen ja bei Schätzungen am Anfang bei 10 Millionen Euro. Jetzt hat das Ganze allerdings 135 Millionen Euro gekostet. Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Wäre es vielleicht besser gewesen, ein neues Schiff gleich anzuschaffen? Ja. Wäre es günstiger gewesen? Es wäre möglicherweise günstiger gewesen, zumindest nicht teurer. Ich verstehe aber auch das Verteidigungsministerium und auch die damalige Ministerin, dass man an diesem Schiff festhalten wollte aus Traditionsgründen möglicherweise, dass die Kosten so immens sind und quasi das 14-fache betragen, wusste man damals ja noch nicht, als man diese Instandsetzung zunächst geplant hat. Im Nachhinein ist man leider oft schlauer. Im Nachhinein ist man schlauer und leider muss jetzt der Steuerzahler dafür gerade stehen. Wir alle. Aber hilft ja alles nichts. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.